hallo meine lieben da draußen herzlich willkommen zurück auf meinem kanal heute wird es wieder adventskalenderlich und wie schon angekündigt gibt es einen kalender auf dem ich auch so gespannt und zwar ist es der dm beauty adventskalender for men bin sogar sehr gespannt weil ich ja so begeistert wahr von dem für frauen so sieht er aus und ja dann würde ich sagen wenn euch auch interessiert was da alles drin ist dann bleibt dran viel spaß so ich habe ihn wieder nackt vor mir liegen damit die türchen nicht kaputt gehen und fangen wir an packen wir mal aus ich gehe nicht nach türchen zahlen sondern eben einfach irgendwas was ich gerade hier so vor mir habe so dass ich auch wieder ordentlich reintun kann hier haben wir ein gesichtspeeling ja finde ich schon mal gut mit hamsamen öl das heißt das wird ja es riecht frisch man riecht ja den hampf nicht raus aber hamsamen klingt ja schon gut ist es ja auch im moment viel irgendwie so in viel mit hams zu haben dann als nächstes ein bodyspray mit markantem duft ja da wollen wir auch mal schnuppern wie das riecht ja es riecht ganz so ein richtig typischer männer duft ich kann es nicht beschreiben aber ihr werdet sagen ach ja so ein richtig typischer männer duft halt als nächstes haben wir ein duschgel und mit frischem duft da steht okay das riecht ein bisschen frischer ich bin ja nicht so also ich könnte nie werbung oder sonst was für parfüm machen ich kann das immer schlecht beschreiben dann haben wir hier ein schaumbad was steht da auch mit würzig warmen duft oh ja das ist kein frischer duft in dem sinne also nicht so wie diese eischauer oder so riecht ein bisschen nach zahnpasta nach so einer ich kann es aber auch ein bisschen süß kann ich werde ich sagen können auch für eine frau sein also ich meine das riecht ja eh noch mal anders wenn es im wasser im bad aufgelöst ist fußbalsamen der ist ohne duft den werden wir nicht aufrufen müssen das haben wir noch outdoor protection gesichtspflege mit vitamin d komplex also das ist wahrscheinlich sehr reichhaltig hier haben wir all in one cream für körper gesicht und hände das ja perfekt für den mann weil da haben wir so einfach alles in einem und es steht kein duft wenn das für alles ist ja es riecht ja nach gar nichts schenkt ihr euer mann hat einen adventskalender oder eurem sohn oder so hier meine hand creme oder bastelt ihr vielleicht ein die riecht auch nach nichts eigentlich finde ich ja auch schön zwischendurch wenn das mal nicht nur so markante dürfte sind hier haben wir ein brille und display tuch finde ich sehr praktisch sehr praktisch denn so was kann man immer gebrauchten und irgendwie verschwinden die auch oder eins liegt im auto und man hat nie genug von solchen dingern vor allem mein mann dann haben wir hier eine feuchtigkeitsmaske das ist ja auch so unterschiedlich nach einige männer die legen da ja sehr viel wert drauf andere gar nicht was mit euren männern machen die sowas gesichtsmaske peeling und so oder sind die auch eher so von der praktischen sorte am besten ein produkt was alles macht ja also gesichtsmaske was kann auch mal entspannt seine es geht ja nicht nur um die reinigung sondern auch so um diesen wellness effekt eine tagescreme geeignet für die anwendung nach der rasur das ist doch auch sehr praktisch und hier haben wir eine tuchmaske für ein beliebtes und vitalisiertes hautbild und seht ihr hier das mit weihnachtsmann motiv ja sowas lustiges kann ich mir vorstellen dass das wenn man ausprobiert ich weiß es nicht body lotion body lotion finde ich also aus erfahrung ist das produkt was von den männern am wenigsten benutzt wird riecht nach männlichen duft also dezent aber ja genau irgendwie body lotion wird am bis so am unbeliebtesten und trotzdem klagen einige immer über trockene haut ein shampoo tiefenwirksame reinigung also tiefenwirksam denke ich ist auch für fettige haare geeignet dann kommt das nächste hier das ist eine creme dusche und mit weihnachtlichen duft da bin ich aber mal sehr gespannt das riecht ein bisschen nach glühwein ja ich finde das richtig nach glühwein wobei die wahrnehmung ja sehr sehr individuell ist wie man so dürfte wahrnimmt aber ich finde das ist glühwein ist ja eigentlich auch ganz nett mit glühwein sich zwischen aber ich finde das ganz witzig mal zwischendurch mit solchen dürften also in dem dm beauty adventskalender für die frau da waren auch so verrückte dürfte müsst ihr unbedingt das video gucken wenn ihr es noch nicht getan habt da freue ich mich schon echt drauf also solche winterlichen weihnachtlichen dürfte meine güte sehr sehr kreativ sehr cool genau eine intensive nachtcreme für den mann intensive feuchtigkeit hier haben wir ein duschgel mit orientalischen das riecht hier das riecht ein bisschen nach zimt aber sehr männlich trotzdem noch also nicht unisex finde ich ein bisschen zimt sich ja und und halt so oriental würzig würde ich sagen was haben wir da denn ein lippenbalsam da kenne ich auch also entweder haben die männer immer lippenbalsam mit in der tasche oder so gar nicht zu welchem zu welcher kategorie gehört euer mann also ja aber ich meine das kann ja sonst auch die frau benutzen wenn der man das nicht möchte dann packen wir uns dann in die tasche wo ein badesalz und das ist in der duft richtung zedernholz und bergamot finde ich ist ja immer eine sehr schöne kombination ich bin so ein bisschen bisschen leicht orangig aber auch ein bisschen holzig weil haben wir das schon gehabt ein gesichts und bad serum 2 in 1 feuchtigkeitspflege das finde ich ja auch sehr gut dass sie sowas reingepackt haben also ich muss sagen bis jetzt ich weiß nicht was ihr sagt finde ich das von den produkten sehr abwechslungsreich klar man besorgt ja auch nicht so ein beauty adventskalender von men wenn man nicht so was benutzt also das ist ja auch klar sehr sehr gut abwechslungsreich ist es halt auf dieser klassische männer duft vertreten aber auch mal was weihnachtliches und duftträger finde ich auch super hier haben wir ein festes shampoo für ein frisches haargefühl festes shampoo ja für den herrn gut dann vielleicht kann man die mal daran führen das auszuprobieren benutzt ihr festes shampoo oder nicht ich benutze festes shampoo für den ansatz wenn ich lust habe und den rest benutze ich immer normale shampoo wie riecht das auch gut auch so ein klassisch männlicher duft augencreme mit aloe vera ich glaube augencreme ist auch ein produkt was die männer doch ganz gerne benutzen oder ich finde ja so dann haben wir hier ein duschpeeling aus zucker brauner zucker reinigt und pflegt duschpeeling ist glaube ich sehr speziell entweder lieben die männer das oder hassen hast und ein waschgel für jeden hauttyp ja also das waren jetzt die 24 produkte was sagt ihr wie findet ihr das also ich fand die mischung sehr gut wie gesagt ich finde es gut dass der klassische herrn Luft dabei ist von den produkten wirklich einiges was der mannen auch mal ausprobiert was er sich nicht kaufen würde natürlich nur dazu ist der kalender so einer ja auch da und ich finde es aber auch sehr gut dass da auch so eine speziellen winterlichen dürfte dabei sind ich freue mich bin sehr gespannt und erzählt mir mal ob vielleicht einer von euren einer von euch dabei ist wo der man den kalender schon letztes jahr hatte und wie er den fand das würde mich wirklich sehr interessieren und lasst mir super gerne ein abo da das ist das kurze feedback wenn ihr das video cool fandet dann einfach abonnieren und ja ich freue mich darüber mega und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten video wieder und jetzt habe ich immer mich davon ausgegangen dass das frauen gucken aber vielleicht gucken dass er jetzt auch hier männer meldet euch mal die die herren fraktion mit dem handzeichen unter die kommentare das wird mich sehr interessieren ob mehr frauen oder mehr männer dieses video gucken aber ich schätze doch mehr frauen also küsse gehen raus bis zum nächsten video